Hallo meine lieben Pinatinos, in diesem Video heute geht es um das Thema Instagram Stories. Wie ihr uns kennt, wisst ihr, dass wir schon seit Jahren von Tag 1, seitdem es die Instagram Stories gibt, Stories produzieren und fast täglich Stories raushauen. Das heißt, wir wissen, von was wir reden. Selbst bei uns gibt es natürlich auch Tage, an denen die Storyviews super gut laufen und auch Tage, an denen die Storyviews nicht so gut sind. Wir gehen der ganzen Sache auf den Grund, warum das so ist und wir haben 5 Tipps dabei, wie du deine Storyviews auch nach oben katapultieren kannst. Let's go! Wenn es um die Instagram Stories geht, ist das Pinata-Team so aufgestellt, dass wir 50% nach dem Bauchgefühl gehen, das heißt, unsere Morgenroutine zeigen, unseren Tagesablauf und 50% in den Instagram Stories zielgruppengerecht unsere Stories entwickeln. Wir haben natürlich auch gefragt, was du da draußen, also unsere Community, für No-Gos in den Instagram Stories habt und das schneidet sich total mit unserer Meinung und deswegen starten wir jetzt direkt mit dem ersten Tipp für die Instagram Stories. Tipp Nummer 1 bringt die meisten Leute auf die Palmen. Was die meisten Leute wirklich auf die Palme bringt bei den Instagram Stories ist, wenn du da draußen keine Untertitel benutzt. Das heißt, wir haben schon 2022 und die Leute müssten langsam mal verstanden haben, dass es Leute gibt, die Instagram Stories wirklich ohne Ton hören. Das heißt, sie sitzen mal auf dem Klo oder in der Bahn und da will man natürlich nicht unbedingt was mit Ton hören. Das heißt, sie lesen die Untertitel. Tipp Nummer 1 ist ein wirklicher No-Brainer und sollte wirklich in jeden Instagram Account, in jede Instagram Story mit reinkommen und zwar die Untertitel in den Stories. Tipp Nummer 2, 90% eigener Content bitte und nur 10% Reposts von anderen Stories oder von anderen Posts. Das heißt, eigener Content, das sind Fotos von dir, Videos von dir, Boomerangs, also alles, was du wirklich selber produzierst, von dir selber zeigst. Dazu gehören auch Grafiken, Canva-Grafiken, da war vorsichtig nicht zu viel. Lieber wirklich authentischen, echten Content in den Stories, wo man dein Gesicht sieht. Und 10% bitte nur, wenn du in einer Story verlinkt worden bist oder wenn du einen Post von jemandem teilst, wo du verlinkt worden bist oder den du wichtig findest oder lustig findest. Und da wirklich die Gewichtung 90% und 10%. Sonst wird es langweilig für den Zuschauer. Und der Zuschauer denkt sich aber auch ganz ehrlich, auf welchen Account bin ich denn, wenn da die ganze Zeit nur Reposts stattfinden. Tipp Nummer 3, nicht zu viele Stories. Ihr kennt ja bestimmt diese Accounts, die so ganz, ganz viele Punkte, 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 Punkte haben. Bei den Instagram Stories sind meistens Influencer oder Leute, die gerade einen Launch haben. Das machen wir auch. Wenn wir einen Launch haben, dann feiern wir in der Story. Aber wenn du gerade keinen Launch hast, wenn du einen normalen Tag gerade hast, solltest du dich auf 10 bis 15 kleine Snippets, also kleine 15-Sekinder-Stories beschränken. Denn in den Instagram Stories ist wirklich weniger mehr. Und verteile es auf den Tag. Das ist auch eine wichtige Sache. Nicht alles morgens raushauen und dann zack, Handy aus dem Fenster, sondern verteile es auf dem Tag. Das bedeutet, dass deine Follower immer wieder aufs Neue den kleinen Kreis oben in der Story ganz vorne dich sehen und dann mit dem Finger das Bedürfnis haben, draufzuklicken. So, und mir würde es jetzt die Welt bedeuten, wenn du hier unten in die Kommentare bitte, 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 bitte mal hinschreibst, wie viele Stories du am Tag erstellst. Tipp Nummer 4, beschränke dich auf ein Thema. Du hast bestimmt auch schon mal diese Stories gesehen, wo eine Person über Thema XY reden will und dann aber bei der Geburt anfängt, gefühlt. Das heißt, die Person würde gerne irgendwie ein Produkt vorstellen oder über etwas erzählen, was ihr an diesem Tag passiert ist, was ihr wichtig ist. Fängt aber an mit, ich habe heute gefrühstückt, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Das ist viel zu weit hergeholt. Also versuch dich wirklich auf den Punkt, was die Inhalte in deinen Stories angeht, besonders wenn du mit deiner Community redest, zu beschränken. Tipp Nummer 5, abwechslungsreicher Content. Niemand will ein Talking Head die ganze Zeit sehen. Das heißt 15 Stories, wo man wirklich nur die ganze Zeit deinen Kopf sieht, vielleicht ein bisschen Untertitel, ein bisschen GIFs und dann aber die ganze Zeit, okay, sie redet immer noch, sie redet immer noch. Deswegen ist es super wichtig, über den Tag verteilt abwechslungsreichen Content zu produzieren. Das heißt, mal ein Foto, mal ein GIF, mal eine Canva-Grafik zum Beispiel, mal einen Post, den du teilst, mal, dass du in die Kamera redest, mal, dass du die Kamera drehst und man sieht, wo du langläufst. Also wirklich da ein bisschen abwechslungsreich, damit das Auge des Zuschauers auch noch gerne hinsieht. Und Tipp Nummer 6, der liegt mir persönlich sehr, 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 sehr am Herzen. Negativität auf 5% bitte beschränken. Das gilt grundsätzlich auf deinem Instagram-Account. Du willst ja etwas verkaufen, das ist ja ein Business-Account. Du willst die Leute motivieren. Und mit Negativität, das bedeutet, dass wenn du jedes Mal die Story machst und jedes Mal meckerst, haben die Leute auch nicht gerade das Bedürfnis, bei dir etwas zu kaufen. Das sage ich ganz ehrlich. Es ist okay, 5% auf etwas aufmerksam zu machen, aber es sollte grundsätzlich positiv auf deinem Account und in deinen Instagram-Stories zugehen. Ich rede nicht von toxischer Positivität, sondern wirklich motivieren und deine Community mitnehmen, sodass die das Bedürfnis haben, boah, ich habe Bock, das und das zu machen. Zum Beispiel, wenn du einen Fitness-Account hast, ich habe Bock, Fitness zu machen. Wenn du einen Ernährungs-Account hast, oh, ich habe Lust, mich gesund zu ernähren. Wenn du aber die ganze Zeit die Stories rausholst und die ganze Zeit irgendwie am Meckern bist, dann zieht es die Leute ganz schön runter. Im ersten Moment sind sie wahrscheinlich so, ah ja, das geht gar nicht. Aber nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Mal werden sie dich sogar eventuell deabonnieren, weil wir schon einfach so viel Negativität auf der Welt haben. Dann will man wenigstens ein bisschen motivierend auf den Instagram-Accounts, wenn man durch die Stories wischt, Motivation sehen. Das war mir persönlich wichtig. Wenn du noch weitere Videos zu den Instagram-Stories hier auf YouTube sehen willst, haben wir dir hier ein Video verlinkt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!